Tatsächlich gibt es neue Hinweise dafür, dass Krebs nach der Schlumpfung vermehrt auftritt. Wenn man mit der Materie nicht vertraut ist, ist es absolut unglaublich, dass eine solche Klassifizierung vorgenommen wird. Man könnte fast meinen, hier wird versucht, einen Schaden zu vertuschen. Da stimme ich Ihnen zu. Leider hat die öffentliche Gesundheit in den letzten drei Jahren so viele Fehldarstellungen begangen, dass sie sechs Tage nach Ausbruch der Pandemie ihre Prinzipien aufgegeben und genau das Gegenteil von dem getan hat, was man erfahrungsgemäß bei einem Atemwegsvirus tun sollte. Die Tatsache, dass die öffentliche Gesundheit so schlecht reagiert hat, was zu schlimmen Folgen für so viele Menschen geführt hat, die sowohl an C als auch den schweren Nebenwirkungen der Schlumpfung gestorben sind, aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu einer wirksamen frühzeitigen Behandlung der unnötigen Schlumpfung von Menschen, die diese nicht bräuchten, oder von Menschen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, weil sie früher an C krank waren und das Risiko von Nebenwirkungen erhöhen würde, etc. Während der C-Periode gab es viele Fehldarstellungen seitens des Gesundheitssystems. Es hat in dieser Zeit einfach versagt. Hallo und herzlich willkommen auf Infobox, Ihr Kanal für Informationen, Meinungen, Reportagen, Aktuelles, Ereignisse und vieles mehr. Ja, hallo und willkommen auf meinem Kanal. Wir fassen heute wieder ein ganz heißes Eisen an. Ich hatte diverse Videobeiträge darüber erstellt. Die meisten davon wurden gesperrt und ich durfte dann zwei Wochen lang und bei einer weiteren Sperre dann vier Wochen lang keine entsprechenden Videobeiträge mehr hochladen oder überhaupt keine hochladen. Nun haben wir wieder ein Thema, das nach wie vor aktuell ist. Und ich glaube, ich brauche niemanden, die Begrifflichkeiten von Schlumpfung oder geschlumpft zu erklären. Die Zensurgefahr ist zu groß, als hier diese Begrifflichkeiten im Original zu verwenden. Was wir hier hören, ist mehr oder weniger bekannt. Oftmals wird darüber hinter hervorgehaltener Hand gesprochen. Die tatsächlichen Fakten werden uns verschwiegen. Ich selbst kannte mehrere Personen, auch aus meinem näheren Umfeld, die an Turbocrebs nach der Schlumpfung verstorben sind. Dieses Interview von Epoch Times mit einem Onkologen bestätigt, dass es aufgrund der Schlumpfung vermehrt Turbocrebs gibt. Zuvor kannte man diesen Begriff Turbocrebs überhaupt nicht. Diesen gibt es erst seit dieser Spritze. Ich werde unterhalb dieses Videos die Internetseite, auf der ihr diesen Beitrag insgesamt nachhören könnt, verlinken. Ich habe diesen Link bekommen von jemand, der selber ein Portal betreibt, der immer wieder mich auf aktuelle Beiträge aufmerksam macht. Insofern an dieser Stelle, wenn auch ihr die aktuellsten Informationen wollt, dann gleich diesen Beitrag teilen und liken. Denn es ist ein Thema, wie ich denke, das uns alle angeht. Es bedarf dringend einer Aufarbeitung und Aufklärung. Die Bundestagsabgeordneten hatten, wie ich bereits berichtete, die Einsetzung eines zweiten Untersuchungsausschusses abgelehnt. Aus gutem Grund, denn jeder, der für die einrichtungsbezogene Schlumpfpflicht gestimmt hatte, hat sich strafbar gemacht. Es gibt Leute, die meinen, der Gesundheitsminister und, da schließe ich Jens Spahn auch mit ein, sei ein Massen... Es ist ein Skandal, dass sich bis heute jeder Soldat dieser Schlumpfpflicht unterziehen muss. Ihr habt sicher Antworten von Boris Pistorius im Deutschen Bundestag in einer Fragestunde dazu gehört. Und nicht nur, dass er kriminelle Offiziere deckt, sich schützend vor ihnen stellt, sondern außerdem nicht dafür sorgt, dass unverzüglich diese möglicherweise tot- und nebenwirkungsbringende Spritze von Soldaten der Bundeswehr untersagt wird. Wir hören uns noch einige weitere Ausschnitte aus diesem Interview mit diesem Onkologen an. Unser heutiger Gast ist Dr. Harvey Risch, emeritierter Professor der Yale-Universität. Dr. Risch, schön, dass Sie wieder da sind. Wahrscheinlicher ist, dass die Zahl der Krebsdiagnosen gestiegen ist, nachdem die Lockdowns aufgehoben wurden und die Menschen psychisch wieder in der Lage waren, öffentliche Plätze oder Kliniken aufzusuchen und ihre Termine wahrzunehmen. Es gäbe also einen Anstieg, eine Welle in diesem Zeitraum. Aber sie würde nicht so lange anhalten, Jahre später bis heute. Und auch, dass das Verhalten der Krebsarten viel aggressiver und unberechenbarer geworden ist. Und momentan gibt es viele Diskussionen über die sogenannten Turbokrebse. Nun, wie ist derzeit die Lage? Tatsächlich gibt es neue Hinweise dafür, dass Krebs nach der Inschlumpfung vermehrt auftritt. Haben wir Beweise dafür? Nicht wirklich. Aber es gibt Daten und Beobachtungen, die darauf hindeuten. Wenn Sie heute in einer Großstadt in den USA versuchen, einen Termin bei einem Onkologen in einer Klinik zu bekommen, werden Sie feststellen, dass die Termine überfüllt sind. Es dauert Monate statt Wochen, einen Termin zu bekommen. Das habe ich von verschiedenen Seiten gehört. Die Vorstellung, dass ein neues Produkt, wie zum Beispiel Krebs, auslösen könnte, ist nichts, was man von heute auf morgen feststellen kann. Denn Krebs als Krankheit braucht Zeit, um sich zu manifestieren. Von der ersten Zelle, die sich unkontrolliert teilt, bis zu einer so großen Zahl, dass sie diagnostiziert werden kann oder Symptome zeigt, können zwei bis drei Jahre vergehen. Bei Blutkrebsarten wie Leukämie und Lymphomen sind es bis zu fünf Jahre, bei Lungenkrebs bis zu 20 Jahre, bei Blasenkrebs 30 bis 35 Jahre, bei Darmkrebs und so weiter. Das sind also langfristige Prozesse. Und wenn man plötzlich ein neues Mittel einführt, wie zum Beispiel Schlumpfungsstoffe, würde man zuerst Blutkrebs vermuten, aber nicht andere Krebsarten. Dennoch beobachten die Ärzte seltsame Phänomene. So erkranken 25-Jährige an Darmkrebs, obwohl es in ihrer Familie keine Vorerkrankung dafür gibt. Das ist nach dem bekannten Paradigma, wie Darmkrebs funktioniert, eigentlich unmöglich. Und auch andere Krebsarten mit langer Latenzzeit werden bei jungen Menschen beobachtet. Das ist einfach nicht die normale Entwicklung von Krebs. Es muss also einen auslösenden Stimulus geben. Meiner Meinung nach ist Krebs etwas, das der Körper normalerweise abwehrt. Denn das Immunsystem erkennt in der Regel Zellen, die außer Kontrolle geraten sind, und schafft es, sie zu verschlingen oder auszuschalten, sodass sie sich nicht weiterentwickeln können. Wenn man aber das Immunsystem so schädigt, dass es entartete Krebszellen nicht mehr erkennen oder inaktivieren kann, öffnet man den Krebszellen die Tür, sich so stark zu vermehren, dass das Immunsystem sie nicht mehr in den Griff bekommt. Und das könnte der Mechanismus sein, der hier am Werk ist. Die Schlumpfungsstoffe haben bei einem Bruchteil der geimpften Bevölkerung das Immunsystem in unterschiedlichem Ausmaß geschädigt. Und diese Schäden können von vermehrtem Erkrankten an C bis hin zu anderen Infektionskrankheiten reichen. Und langfristig vielleicht auch Krebs. Wir beobachten also diese langen Latenzzeiten von Krebs und auch Krebsarten wie Blutkrebs. Blutkrebs ist also eine Erkrankung, die typischerweise auftritt, wenn bei einer Frau ein Knoten in der Brust festgestellt wird, der dann entfernt wird. Dann wird er behandelt und geht in Remission, das heißt er ruht 20 oder 25 Jahre im Körper und kann dann wieder ausbrechen. Und nun beobachten wir, dass bei geimpften Frauen der ruhende Blutkrebs in relativ kurzen Abständen plötzlich wieder auftaucht. Dies liegt im Bereich des Möglichen. Ähnlich wie bei Blutkrebs, der in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren nach der Schlumpfung auftreten könnte. Das sind die ersten Anzeichen. Und weil diese Krebsarten ungewöhnlich häufig bei sehr jungen Menschen auftreten, verglichen damit, wie es sonst normalerweise der Fall ist, nennt man sie Turbokrebse. Einige dieser Krebsarten sind so aggressiv, dass sie zwischen dem Zeitpunkt der Diagnose und einigen Wochen später, wenn sie erneut behandelt werden, dramatisch gewachsen sind, im Vergleich zu dem, was die Onkologen für den normalen Verlauf des Krebses erwarten würden. Wir wissen nicht, wie groß und allgemein das Problem ist, aber ist es potenziell ein echtes Problem? Ja, das ist es. Dessen sollte man sich bewusst sein. Und wie die amerikanische Krebsgesellschaft schon seit längerem rät, achten sie auf ihren Körper. Jede körperliche Veränderungen, die für sie keinen Sinn ergibt, sollten sie überprüfen lassen. Das ist die beste Empfehlung. Es gab viele staatliche Analysen der Gesundheitsbehörden über die Nebenwirkungen von Schlumpfungen. Und sie haben geschlumpfte Personen, die noch keine 14 Tage hinter sich hatten, als ungeschlumpfte eingestuft. Mit der gleichen Begründung, dass der Schlumpfungsstoff noch keine Zeit hatte, seine Wirkung zu entfalten. Aber das ist das Problem mit der Randomisierung. Sobald man ins Auto steigt, um den Schlumpfungsstoff zu bekommen, gehört man schon zur Studiengruppe der Geschlumpften für Nebenwirkungen. Und das ist ein großer Irrtum. Denn die schweren Nebenwirkungen von Schlumpfungsstoffen treten vor allem in den ersten vier Tagen nach der Impfung auf. Und da die ersten 14 Tage bei einem Geschlumpften nicht mitzählen, bedeutet das, dass etwa drei Viertel dieser Nebenwirkungen in der ungeschlumpften Gruppe bei den Geschlumpften aufgetreten sind. Und das verfälscht die Daten wirklich, was die objektive Bewertung der Sicherheit angeht. Sicherheit und Wirksamkeit müssen also unter verschiedenen Rahmenbedingungen unterschiedlich bewertet werden. Soweit die Auszüge aus dem Interview mit dem Onkologen, der sich mit Turbocrebs bestens auskennt. Er hat sehr eindeutig die Zusammenhänge zwischen der Schlumpfung und dem Entstehen von Turbocrebs erläutert. Was mich interessieren würde, kennt ihr aus eurer Umgebung Leute, die daran möglicherweise verstorben sind oder krank geworden sind. Schreibt es mir in die Kommentare. Dieses Video natürlich auch kräftig liken und teilen. Und solltet ihr noch kein Abo haben, meinen Kanal abonnieren. Auch gleich die Glocke mit aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.